B5 Aktuell präsentiert Den Funkstreifzug. Jeden Sonntag um 9.15 Uhr und um 12.15 Uhr. Einfach besser informiert. B5 Aktuell Im Studio ist Carola Brand. Einkaufen per Mausklick ist bequem, zumindest für den Kunden. Der Paketzusteller aber hat einen Knochenjob und wird dafür nicht einmal besonders gut bezahlt. Der Preiskampf in der Branche ist hart. Marktführer ist die Posttochter DHL. Das größte Logistikunternehmen der Welt mit knapp 60 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Trotzdem wird auch dort mit spitzem Bleistift gerechnet. Also wurde 2015 die DHL Delivery gegründet. Sozusagen die Billigmarke im Postkonzern. Ein Jahr später zeigt sich, für das Unternehmen geht die Rechnung auf. Auf Kosten der Zusteller. Isabel Hartmann hat recherchiert. Thomas Rothmeier ist Paketzusteller. Er trägt die bekannte DHL-Arbeitskleidung, eine gelbe Jacke mit rotem DHL-Logo und fährt den gelben DHL-Transporter. Doch Thomas Rothmeier arbeitet nicht direkt für die Deutsche Post DHL, sondern für DHL Delivery. Für ihn macht es keinen Unterschied. Er liebt seinen Beruf und das reicht ihm. Ich bin stolz bei der deutschen Post sozusagen. Auch wenn es ein Tochterunternehmen ist, aber ich bin stolz, Postler zu sein. Doch die DHL Delivery hat wenig mit dem Mutterkonzern und mit der normalen DHL gemeinsam. Auch wenn sie eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Logistikers ist. Die Delivery, wie die Firma meistens genannt wird, besteht bundesweit aus 49 eigenständigen Regionalgesellschaften. Jede von ihnen hat den Status einer GmbH. In Bayern sind heute rund 600 Mitarbeiter in acht Regionalgesellschaften beschäftigt, die insgesamt 25 Depots verwalten. Warum ist DHL Delivery aber überhaupt gegründet worden? Klaus-Dieter Nawrat ist Pressesprecher der Deutschen Post DHL Group. In einer schriftlichen Stellungnahme antwortet er, Im Klartext, es geht darum, viele Leute einzustellen und gleichzeitig die Kosten zu senken. Wie das geht? Die Delivery-Mitarbeiter werden nicht nach dem Tarifvertrag der Post AG bezahlt, wie ihre Kollegen von der normalen DHL, sondern nach dem Tarifvertrag der Speditions- und Logistikbranche. Auf dem Papier sieht es für die Delivery-Zusteller zunächst nach einem ganz guten Deal aus. In Bayern liegt ihr Grundlohn derzeit bei 2.118 Euro brutto. Das sind 12,68 Euro die Stunde. Beim Haustarif der Post sind es 2.051 Euro. Das macht einen Stundenlohn von 11,78 Euro. Auch die Urlaubstage werden bei der Delivery besser vergütet. Doch der Teufel liegt im Detail. Denn im Unterschied zum Posttarif, der bundesweit gilt, werden Tarifverträge der Speditions- und Logistikbranche in jedem Bundesland neu verhandelt. Das heißt, die überwiegende Mehrheit der 9.000 Delivery-Zusteller in Deutschland bekommt einen niedrigeren Grundlohn als in Bayern. Sie verdienen bis zu 2 Euro weniger die Stunde, gute 15 Prozent weniger also. Außerdem ist keine Lohnsteigerung in den Bestimmungen der Speditions- und Logistikbranche verankert. Das bedeutet, je länger man bei der Delivery angestellt ist, desto weniger Geld gibt es im Vergleich zum Mutterkonzern. Egal ob in Bayern oder woanders in Deutschland. Auch die verschiedenen Boni fallen magerer aus. Thomas Schmidt ist Zusteller für DHL Delivery in Bayern, unbefristet angestellt. Davor war er zwei Jahre bei der Deutschen Post DHL AG, befristet. Der Mann heißt in Wirklichkeit anders, möchte aber nicht erkannt werden. Früher gab es noch Weihnachtsgeld, war ein volles Monatsgehalt. Wenn man gut ist, bekommt man dann meistens auch nochmal ein volles Monatsgehalt. Also ich habe jetzt, glaube ich, im ersten Jahr schon 3.000 Euro netto verloren durch die Delivery. Und dies, obwohl die Arbeit genau dieselbe ist. Doch nicht nur die Bezahlung ist bei der Delivery unattraktiver als bei der Post. Auch die Arbeitsbedingungen sind schlechter. Beim Mutterkonzern ist das übliche Zeitmodell, dass die Paketzusteller eine Woche mit 5 Tagen mit einer 4-Tage-Woche kompensieren, um sich von ihrem Knochenjob zu erholen. Die Delivery-Zusteller dagegen arbeiten immer 5 Tage die Woche. Man braucht die Zeit, um sich zu regenerieren. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Kilo ich da am Tag durch die Gegend schleppe. 800 Kilo bestimmt. Also für die ganzen 30-Kilo-Pakete, dann hat man 150 davon, dann kommt schon einiges zusammen. Außerdem, wer effizient arbeitet und seine Tour schneller beendet, wird benachteiligt. Dem werden Minusstunden aufgeschrieben, die er dann nachzuarbeiten hat. Auch das gibt es bei der Post nicht. Für Zusteller Thomas Schmidt ist klar, Die Zwei-Klassengeschäft ist natürlich aber auch ausgemacht vom Arbeitgeber. Und die wurde so in Kauf genommen. Das bestreitet die Deutsche Post DHL Group auch nicht. Ihr Pressesprecher Klaus-Dieter Nawrat erklärt dem Funkstreifzug, Erlebt die Deutsche Post DHL. Ist es vielleicht notwendig, Mitarbeiter schlechter zu bezahlen, um die Existenz des Konzerns oder zumindest der Paketsparte zu sichern? Die Zahlen scheinen es zu bestätigen. Der Umsatz des Konzerns steigt seit 2009. Der Gewinn aber brach 2015 ein. Christian Kille ist Professor für Handelslogistik und Operations Management am Institut für Angewandte Logistik der Hochschule Würzburg. Er sieht DHL in einem harten Preiskampf. Und der kommt auch daher, dass viele der B2B, also der Unternehmen im Paketbereich, die Geschäftskunden hauptsächlich beliefern, dass die jetzt auch in diesen stark wachsenden B2C, also den Markt für den Endkunden, reinbrechen wollen und dadurch der Druck auch erhöht wird auf die DHL. Strategisch gesehen mache die Gründung der Delivery Sinn, sagt der Logistikexperte. Mit den Regionalgesellschaften werde es bald möglich, Ware noch schneller zu liefern, weil sie dezentral gelagert sei. Der weltgrößte Online-Händler, Amazon, sei schon dabei, dies zu verwirklichen. Darin läge die Zukunft der Branche, erläutert Professor Christian Kille. Doch DHL ist weit davon entfernt, in Schwierigkeiten zu sein oder gar pleite zu gehen. 2015, in dem angeblich schlechten Jahr, lag der Gewinn für die Deutsche Post DHL Group bei rund zweieinhalb Milliarden Euro. Fast jedes zweite Paket wird in Deutschland mit dem gelb-roten Dienstleister verschickt. Das ist seit Jahren so, trotz verschärfter Konkurrenz. Der Journalist Günter Wallraff, der bei mehreren Paketzustellern undercover arbeitete und von den teils erbärmlichen Bedingungen der Branche berichtete, findet, der Post gehe es vor allem um die Dividende. Das ist Gier. Das geht immer auf Kosten von Arbeitsbedingungen der Fahrer, der Zusteller. Es wird immer mehr outgesourced, es wird immer mehr die vordergründige Gewinnmarsch ins Auge gefasst. Das ist das Unverfrorene. Sie sollten sich schämen. Nur, wenn die Gründung der DHL Delivery bedeutet, weniger Geld und schlechtere Arbeitsbedingungen für die Paketboten zugunsten höherer Rendite für die Aktionäre, warum haben dann die Branchengewerkschaften dem Ganzen zugestimmt? Matthias Knüttel ist Gewerkschaftssekretär für die Post- und Speditionsbranche für Verdi Bayern. Was heißt zugestimmt? Die Entscheidung, eine GmbH zu gründen oder 49 Gesellschaften zu gründen. Ein Arbeitgeber kann von sich aus entscheiden, er macht das oder er macht das nicht. Da hat niemand in Deutschland, weder ein Beschäftigter noch eine Gewerkschaft, noch sonst irgendjemanden in Anführungszeichen mitzuschnabeln. Wir haben dann zwar versucht, die Gründung der GmbHs zu verhindern. Wir wollten, dass die Beschäftigten weiterhin bei der Deutschen Post AG ihre Verträge haben. Das konnten wir aber leider nicht durchsetzen. Die Arbeitnehmer, die bei der Deutschen Post DHL befristet angestellt waren, bekamen das Angebot, unbefristet bei DHL Delivery übernommen zu werden. Für den gleichen Brutolohn wie in der AG, aber ohne alle Boni. Wer nicht akzeptierte, war arbeitslos. Für Verdi eine Erpressung. Die Deutsche Post wehrt sich vehement gegen den Vorwurf. Niemand wurde und wird in die Delivery-Gesellschaften hineingezwungen. Die Mitarbeiter bekamen auf Informationsveranstaltungen die Gelegenheit, sich genau über Vergütung und Arbeitsbedingungen zu informieren und konnten in Ruhe entscheiden, ob sie den Vertrag unterschreiben. Dass dieses Angebot offenbar attraktiv war, zeigt die Tatsache, dass es am Ende rund 3.800 von 4.000 damals befristet beschäftigten Paketzustellern angenommen haben. Oder zeigt gerade diese Zahl, dass die Mitarbeiter kaum eine Wahl hatten? Die Recherchen des Funkstreifzugs in mehreren Bundesländern bestätigen den Verdacht. Die meisten Mitarbeiter wollen nicht öffentlich darüber sprechen. Ein Zusteller aus Bayern war bereit, es uns ins Mikrofon zu sagen. Bei der AG länger als zwei Jahre. Und normalerweise nach zwei Jahren kriegst du dann definitiv einen festen Vertrag. Aber der Chef hat mir glauben lassen, Ja, du wirst übernommen, aber es dauert noch ein bisschen. Jetzt machen wir dir wieder, so in drei Monaten, das wird schon klappen und so weiter. Bis dann gekommen ist, die AG stellt niemand mehr ein. So, zu Ende gab es nur eins. Entweder du gehst oder du arbeitest bei Delivery praktisch. Auch in Nordrhein-Westfalen weiß ein ehemaliger DHL-Paketbote von Missständen zu berichten. Alle befristeten Mitarbeiter seien in einem Hotel in der Nähe von Essen versammelt worden, um über die Gründung der DHL-Delivery informiert zu werden. Sie seien dann zum Unterschreiben der neuen Verträge regelrecht gedrängt worden. Den Mitarbeitern wurde das Angebot gemacht, dass wenn sie sich sofort dafür entscheiden würden, bei der Delivery weiterzumachen, dass sie den gleichen Lohn weiterbehalten würden, wie sie bei der AG zu dem Zeitpunkt hatten. Wenn sie das Angebot nicht annehmen, würden sie halt die schlechteren Konditionen der Delivery erhalten. Und der Arbeitgeber hat auch gesagt, dass den Mitarbeitern bei einer Arbeitslosigkeit auch eine dreimonatige Sperre aufkommen könnte, weil sie ein Arbeitsangebot abgelehnt hätten. Matthias Knüttel, der Gewerkschaftssekretär von Verdi in München, hat ebenfalls miterlebt, dass Mitarbeiter in die Delivery gedrängt wurden. Mindestens viermal ging er mit Zustellern vor Gericht, um ihr Recht auf einen unbefristeten Arbeitsplatz im Mutterkonzern zu erstreiten. Für ihn zeigt die Gründung des Subunternehmens, welche Richtung die Deutsche Post einschlagen will. Die Post will dahin, wo die anderen sind, nämlich auf ein ganz tiefes Niveau. Sie will die Leute ausbeuten, sie möchte, dass die Leute weniger verdienen, sie möchte im Prinzip das Gleiche machen, was die Konkurrenz macht, wie GLS, wie Hermes, die ja auch die letzten Jahre schon massiv in den Schlagzeilen waren. Da möchte die Post einfach hin und ich bin der Meinung, das hat die Post nicht nötig. Die Post ist Marktführer mit über 50 Prozent in Deutschland und die sollten lieber doch mal ihr Geld in die Qualität investieren, um so das Vertrauen der Kunden wieder zurückzugewinnen. Doch die schlechteren Arbeitsbedingungen und die niedrigeren Löhne, die die DHL Delivery durchsetzt, haben heute schon einen negativen Einfluss auf die gesamte Branche, berichtet Sigurd Holler, Gewerkschaftssekretär in Rheinland-Pfalz. Die Preisschraube wird durch Delivery weiter nach unten gedreht. Der Wettbewerb wird schärfer und damit wird auch der Druck auf die Beschäftigten in dieser Branche erhöht. Und die Fahrer der Subunternehmer im Wettbewerb müssen noch länger arbeiten und kriegen für ihre Arbeit noch weniger Geld. Und wir befürchten, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Jeder, der im Internet bestellt, sollte sich bewusst sein, dass er mit seinem Verhalten das Lohndumping bremsen oder anheizen kann. Das meint nicht nur der Journalist Günter Wallraff, sondern auch der Logistikexperte Prof. Christian Kille. Jede Bestellung soll am besten für sein kostenfrei sein. Und sobald irgendwo drinsteht, so und so viel Euro kostet das mehr, überlegen wir uns als Konsumenten, ob wir da draufklicken. Das zeigt schon die Wertschätzung seitens der eigentlichen Profiteure von diesem ganzen E-Commerce-Boom gegenüber dem Paketboten. Auf der einen Seite möchte ich gerne, dass der Paketbote natürlich gut entlohnt wird, aber bloß nicht dafür bezahlen. Für einen Service, der mir geleistet wird. Und das ist eine Schizophrenie fast. Öfter offline einkaufen wäre eine Lösung. Ausgeliefert zwei Klassengesellschaft bei den Paketdiensten der Post. Das war der Funkstreifzug von Isabel Hartmann, Redaktion Carola Brandt.